So Freunde, kurz nach dem Spiel FC Bayern gegen den Hamburger SV, der gerade mit 6-0 verloren hat, ein besseres Trainingsspiel für den FC Bayern München, mehr war es leider nicht und damit möchte ich den HV nicht demonstrieren oder irgendwie losstellen, aber das war eine ganz erbärmliche Leistung und die zweite Liga rückt leider für den Bundesliga Dino mehr, aber was ich mit dem Video eigentlich sagen möchte, ich mache mich jetzt auf den Weg nach Hause und werde dann viele schöne Videos von SPUR heute für euch zur Verfügung stellen, die ganzen Tore, die ganzen Tore glaube ich auch noch mal an Anbieter zusammenfassen, dadurch ist auch ganz schnittlich und ja, es gibt zwei Elfmeter, einen hat der Robert verschossen, einen getroffen, also es wird noch mehr einiges an Videos geben und ich freue mich auf euch, schaut noch mal auf unseren Kanal vorbei und ich denke, dass die Videos gegen 2.0, 20 Uhr ungefähr anhandigen werden, ich mache mich jetzt nach Hause und dann sehen wir uns gleich auf unserem Kanal, danke, dass ihr vorbeigeschaut habt, ciao und servus und ein schönes Wochenende.